kariko kuku 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 village hier hoch schauen hier ist enthand dorf hinten ist eine spinne wanted the kidnapper of princess zelda hallo ich besuchte ich einfach mal schön in einem haus jetzt wieder ganz viel zu sagen schauen wir uns gleich an das sind betten ob man die einfach mal benutzen dürfen ich hoffe doch aber jetzt lesen wir uns erstmal seine geschichte durch karte eins karte zwei karte drei old woman who oh it's you link what can i do for you young man the elder oh no oh no one has seen him since the wizard began collecting victims what masters word well i don't remember the details exactly but long ago a prosperous people known as the hulia inhabited this land legends tell of many treasures that the hulia hid throughout the land the masters word a mighty blade forged against those with evil hearts is one of them people say that now it is sleeping deep in the forest anyway look for the elder there must be someone in the village who knows there he is knows there he is you take care now link hier bitteschön nimmt das mal ich muss dein haus verwüsten komm 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 bitte kiste 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 ok dann würde ich sagen wir nehmen wir jetzt hier mal wir können uns eine mütze schlaf und machen uns frisch erholt bei schönstem wetter und brennen den wachen auf den weg ach der ist geschützt mit dem glasblock so was hast denn du zu sagen if you buy this bottle increase your max amount of bottle by one put rupees into the chest and take the item with you you sir have you been going through life without one my hold anything bottles well step right up and make your life complete i have one on sale for 100 rupees ach das ist ja hier wir nehmen die flasche und dann werden jetzt erstmal die los 50 und 50 ganz simpel wir haben unsere erste flasche doch das sound geht so spinni hallo spinni gut wir lassen die spinni aber was ich nicht sein lassen kann ist dir die wahrsten zu zerschlagen und immer in der hoffnung dass irgendwo was drin ist komm 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 ach mensch das gibt's doch nicht gut gibt's doch kiste ah das ist ein briefkasten mensch was gibt's denn hier hallo jemand zu hause anscheinend nicht doch ist auch eine vase aber ist hier diesmal was drin nein mensch aber hier ist was eine doppelkäste der 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 grund schicken heute hell üben unser hühnchen hey viel spaß hier ganz allein guck mal ein feld wichtigste aufgabe in sämtlichen zelda spielen mit link die ganzen büsche kaputt hey was sagst du du sagst was an der anderen seite hoch ganz viele hühnchen mensch was macht ihr denn hier ach mensch warum muss man denn da so viele vasen hinstellen weiß man das nicht wie das endet ja guck nicht so blöd bin hier schwer beschäftigt eigentlich wird es reichen wenn die unteren kaputt so in der wand könnte auch was sein mensch kommen ist gar nichts versteckt aber hier vielleicht da kommen da kommen da kommen da kommen jaa schon wieder ein komisches spawn chicken gedönse nein ok ich nehme einfach die pfeile da könnte jetzt überall theoretisch was drunter sein ah egal plupp wir haben ein ei für uns da gelassen schaut mal eure eier an so noch mehr büsche und schauen wir mal hier ob da einer drin ist der uns etwas über die älter erzählen kann nein aber ein slime so cool I hope I'll be better soon hey do you want to land my buck catching net while I'm ill I don't have much use for it at the moment anyway das nehmen wir doch gerne mit ach unbreaking enchantment level 127 yay was können wir damit jetzt machen ich weiß es nicht macht nichts die sind aber auch völlig versteckt jawohl ja und weißt du was weil du es bist kriegst du sogar 26 wasen gratis war hier schon das war das Föhnchenhaus oder oder nein hoch oh another bottle increase the maximum amount of bottles by one yeah yay da könnte jetzt doch theoretisch was dahinter sein theoretisch nur mal ganz kurz nachschauen ob da nicht zufällig nein nein aber hier ja komm so was haben wir denn hier hier kommen wir gar nicht durch müssen wir von der anderen seite reinschauen ok ok wohooo slime slime mensch slime 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 was spawnt ihr denn hier einfach so das glaube ich schon extra am tag rum damit keine monster mich anfallen und dann spawnt ihr einfach na wo bist du nirgends gut komm mal hier jetzt in die andere seite rein nein noch ein anderes haus hello link not easy to get in here so be well welcome finally i have someone listening to me i tell you an interesting story at the spring there is a lake where the sora lives it's hard to find but the treasure of the soras it's really you've got to see that right ja das werden wir uns unbedingt anschauen und wie macht sich das eigentlich so im eigenen hause eingesperrt zu sein sag mal hm wow moment ich hab ein äh hier auf meinem mikro so und weiter geht's nach diesem kurzen zwischenfall ja es hat sich eine riesige heuschreck direkt auf mein mikro gesetzt und ich hab äh ja hm hm hab's am Anfang nicht erkannt was war es saß mir sozusagen einfach nur direkt im gesicht fast also so vorm ihr wisst was ich mein ähm wo waren wir wir haben hier ich hab gemeint ich hab mich über ihn lustig gemacht dass er hier eingesperrt ist ja jetzt hüpf nicht so rum ich darf auch nicht hüpfen inzwischen ist es dunkel geworden wie es mir scheint aber auch im dunkeln kann man rubine farben oder jetzt noch weiter und unter uns ist ein zombie zombie so mikrofon einmal noch ein bisschen verschieben einen moment so jetzt müsste es wieder besser sein ich hab keine ahnung ich hab vorher nur das mikrofon ausschreckend bisschen weggedrückt so die wasen werde ich auch erst recht nicht auseinanderreißen weil das sind einfach viel zu viele ach schon mal einer an der anderen seite gan my son love to play the flute but that's been a long time ago he went to seek the golden land but never returned who knows where he is or what he does schnach he the beauty he yes i've seen her very pretty that woman lives at the waterfall of wishes over there at the mountains he and the spring you need to see here you like here Ja, hier geht eine wilde Party ab, so wie es scheint. Der eine ist eingeschlafen und der andere total betrunken. Aber das Ding nehmen wir jetzt hier trotzdem auseinander, weil es sein muss. Genau dafür. So, noch mal ein paar Herzen in mich reinstopfen. Und weiter geht's. Ich würde sagen, wir suchen uns einfach mal wieder ein Haus mit Bett. Und weichen Geschick diesem Skelett hier aus. Flup. Lass mich rein. So. So. Take anything you want. Remember to pay so. Herz. 10 Rubine. Red Potion. 150 Rubine. Bang. Use this to change your rupees in order to save inventory space. Danke. Was, wir geben die sowieso gleich noch ab. Äh, aus. 10 Bomben. 50 Rubien. Oh ja. Das muss jetzt sofort sein. Äh. Dup, 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 dup. Und Dankeschön. Herz brauche ich nicht wirklich. Aber so eine Red Potion. Die nehmen wir mit. Instant Health. Für 150. 50. 50 haben wir schon mal. 3, 4, 5 mal 20. Ja, sollte doch genauestens passen. Nehmen wir das mit und müssen eine Flasche abgeben. Und alles nützlose. Zeug können wir hier auch wieder ablegen. So. Wir haben, 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 haben. Ich nehme jetzt auf jeden Fall mal zwei von denen raus, wenn ich zwei von denen ab, weil die lassen sich auch nicht stecken. Ach, die lassen sich stecken. Toll. Dann nochmal neune drauf. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Danke. Und hier könnten wir eigentlich noch mal. 60 und 50. So, 50. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ach, die lassen sich auch nicht stecken. Genial. 11, 4. Und 11. Ist das denn möglich? So, das lassen wir so. Gut. Aber er hat auch kein Bett für uns, oder? Nein. Das heißt, wir rennen jetzt wieder. Na, dich schau mal gleich an. Erst würde ich eigentlich gerne. Huch, wo geht's denn? Da wieder rein. Das muss jetzt wieder mal sein. Vasen. Küste. Oh, ne Bombe, ne Bombe, ne Bombe. Und ein Herz. Und auch, ja. Das ist toll. Da ist überall was drunter. Ne Bombe. Wow. Pfeile. Noch ne Bombe. Das war ein Herz. Ach so, halt. Abbauen. War es nichts drunter? Nein. Aber hier. Noch ne Bombe. Wenn man fast gar keine kaufen brauchen. So. Und dann müssen wir hier einmal wieder abernten. Wir müssen ja schließlich unsere Einkäufe wieder refinanzieren. Ich glaube, wir könnten sogar noch mal ein paar Bomben mitnehmen. Die schaden ja nicht. Ach, weißt du was. Nehmen wir einfach noch mal ein paar Bomben mit. War das hier drin? Ja. Zehn Bomben. 50 Rupien. Äh, nee. Halt. Nicht Rupien. Rupine. So. Ach, weil wir es können. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 3, 4. 3, 4. 4, 5. 5, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 9, 10, 10, 10, 11, 11, 12, 13, 13, 14, 14, 15, Und dann müssen wir dahinter und auf der anderen Seite ist unser anderes Ziel. Ich weiß nicht, wie wir auch jetzt da. Ach, wir sind im Dorf. Das war sowieso unser Ziel. Mensch, ich bin großartig. Da war man, glaube ich, jetzt schon drin. Ja. Du bist nicht großartig. Absolut nicht. Ähm. Ja, Bomben sind jetzt auch Rupienerwurst. Na dann. Da waren wir drin. Der Runde können wir gleich noch schauen. Der ist noch eine ganz hässliche Spinne. Die 20 Rupien für uns getroppt hat. Wie nett. Das sind die Monster-Drops, die nicht decken. Ah. Okay. Ja, jetzt ist sowieso wieder Tag. Brauchen wir auch gar nicht mehr schlafen gehen. Gut, dann würde ich sagen, wir rennen mal auf die andere Seite der Karte. Und so, wie sie es gehört. Nehmen wir hier wieder alles mit. Und noch mehr. Und da oben haben wir ganz hoch. Wo geht es denn da rein? So, alles eingepackt. Ja, schau mal erst hoch. Hallo. Ein Villager. I'm sorry. We can't temper your sword. Until my companion returns. Das ist jetzt schon blöd, oder? Aber da kann man Müll reinschmeißen. Hier so. Plupp. Hm. Also wahrscheinlich gar nicht. Lass mich raten. Da muss man reinhüpfen. Könnte sein. Gut, dann geht es erstmal hier in der Richtung. Für uns nicht weiter. Ein bisschen in den Himmel starren. So. Sind wir hierher gekommen? Ich weiß es nicht mehr. Kann sein. Da oben ist ein riesen Turm. Das bedeutet wieder, das ist mehr als ein Block tief, oder? Ja. Gut, dann laufen wir mal auf die andere Seite rüber. Und nehmen die Büsche mit. Ist das eigentlich alles Holz? Ich kann die ganzen Bäume dann fällen. Yay. Also später mit der Axt. Hier war ich anscheinend noch nicht, sonst hätte ich die schon mitgenommen. Eignet sich immer super als Markierungszeichen, wo man schon war. Und bevor wir jetzt den älteren. Hä? Das sieht aus wie das Haus, wo wir. Hey, wir waren hier schon. Zelda, ich bin wieder da. Na Gott, gehen wir wieder. Wie konnte ich die eigentlich übersehen? Man weiß es nicht. So. Da waren wir schon drin, genau. Da war unser Instant-Heal-Freund. Und. Potion Shop. Waterfall of Wishes. Yay. Der Wasserfall der Wünsche. Auf geht's. Aber was haben wir hier? Der Waterfall of Wishes ist right ahead. Das ist der Wasserfall der Wünsche. Und da oben sind die Lianen zum Hochklettern. Wow. Sag doch einfach was und stehe nicht nur so rum. Wieder eine Bank. Na, können wir dann einen roten austauschen. Rest passt. Pick anything you want. Remember to pay so. Through. Th-th-th-th. So. The red potion is the health potion. The green one, the hunger potion. And the blue, regenerates health and hunger. A super potion. Here, have a taste of the red one. Das heißt, der rote ist jetzt unser Probier-Krank. Hm. Grüne. Ja, nö. Wir sind eh voll. Da wir ja gerade einen roten Geschenk bekommen haben, soweit ich das jetzt verstanden habe. Was macht eigentlich die Kuh hier ganz alleine auf einem Block? Wo sind wir hier denn jetzt? Was ist denn auf unserer Karte eigentlich markiert? Spinne. Wir sind hier vorne. Ich kann nicht drauf deuten. Ah, nein. Hier. Weiter rechts. Jetzt auch gerade der Kölzer mal kurz drüben. Drüber. Na. Riesenslimy wieder. Und überall Spinnis. Jetzt sind wir schon ein bisschen zu weit. Ah, Slimes. Mensch. Wie spannend. Kommt, geht's weg. Hm. Ein leeres Schild? Ja. Noch ein leeres Schild. Hier müsste man schwimmen können dafür. Aber hier ist was. Kuck. Oh. Ja, den Shop. Ja, den Shop kenne ich schon. Wieder ein Wahrsager. Nö, ist gar kein Wahrsager da. Ja, da kommen wir wieder hoch. Ja, da kommen wir wieder hoch. Ja. Ist da irgendwo hinter. Zum Kreuz auf unserer Karte. Vielleicht hier hoch oder so. Äh. Da kommen wir schon irgendwie wieder raus. Hallo. Sagst du mir gar nichts? Wahrscheinlich in der Küste. Aber zuerst klauen wir dir Herzen. Zwei, drei Herzen. Yay. So, und du erzählst mir jetzt wieder eine ganze Geschichte. Eins, zwei, und das ist irgendwie anders. Sahascharala. I am indeed Sahascharala, the village elder and a deathkend of the seven wise men. Oh, really? Link, I am surprised a young man like you is searching for the sword of evil Spain. Not just anyone can use that weapon. Legends say only the hero, who has won the three patents, can wield the sword. As a test, can you retrieve the patent of courage from the East Palace? If you bring it here, I will tell you more. Ja, das heißt, wir bringen, äh, okay, da oben ist das, das Sword of Elder. Da hinten ist dann irgendwo der grüne Talisman. Haben wir dann im Norden noch einen. Ach, das ist da hinten. Äh, das Schwerter links ist im Wald, wo wir vorher rein wollten, glaube ich. Ja, doch, das ist der Wald. Das ist der rote Symptom oben und der blaue, keine Ahnung, irgendwo da hinten. Okay, gut, dann. Ah, jetzt ist es dunkel. Mist. Begeben wir uns mal auf den Weg. Und verlaufen wir uns, elendig. Wir müssen irgendwie da hinter. Tja, wenn wir jetzt, wenn man jetzt wüsste, wie man da hochkommt, dann geht das auch. Da hinten ist ein Creepy. Da eine Tonne Spinnen. Mensch, freue ich mich drauf, wenn ich da gleich runterlaufe. Ein Zombie. Hat der Creep uns entdeckt? Ja, hat er. So, aber wir sind in unserem. Ach so. Saving Point. Dungeon Chest. When you leave this dungeon, place your keys, compass, map and your big key in here. Ja, ob ich das jetzt überhaupt noch alles reinbringen, weiß ich nicht, aber ich lasse die Seeds mal da, nicht meine Rubine. Nein, den auch nicht. So. Oh Gott. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo. Hey, yo.